Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video auf GameGeeky. Der Kanal ist gewechselt aufgrund des Kanalnamens, bevor jemand fragt. So, das ist der Grund und jetzt erzähle ich euch einfach mal so ein bisschen über mich, eine Vorstellung und was kommt. Ich bin Tobias mit Vornamen, bin 17 Jahre alt, wohne momentan in St. Augustin und ja, ich ziehe bald aber um in zwei Monaten und deshalb werdet ihr mich da nicht mehr aufbinden, sondern eher in der Nähe von Leipzig. Genau. So, auf diesen Kanal werden die nächsten Videos kommen ohne Facecam, weil ich das mit der Facecam nicht re hingekriegt bekommen habe auf GameGeeky. Falls ihr mich mal sehen wollt, wie ich aussehe, dann klickt unten den Kanal-Link von GameGeeky auf diesen Kanal kommen keine Videos mehr ab dem Tag, wo dieses Video hier draußen ist, außer das Video, dass ich die Kanal gewechselt habe. Also, und ja, hier werden der nächste Minecraft Let's Plays, Assetto Corsa F1 und FIFA 15 Ultimate Team kommen. Wahrscheinlich auch mehr in der Zukunft. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Seht euch mal auf dem Kanal um, wenn ihr gerade jetzt neu drauf seid. Und falls sonst noch keine Videos da sind, dann viel Spaß trotzdem. Bis dann.